hallo in einem vorherigen video habe ich schon mal gezeigt wie man diese aufgabe hier in der es um den strom durch eine spule und die zugeführte energie geht von hand löst und in einem weiteren video habe ich dann auch mal gezeigt wie man diese aufgabe im netzwerksimulator ltspice löst und das was ich jetzt in diesem video machen möchte weil sich meines erachtens diese aufgabe so ein bisschen dafür anbietet das einfach noch mal in gpt lösen gucken was da rauskommt ob das irgendwie sinnvoll ist ob das in die richtige richtung geht so und dafür nehme ich mal diese aufgabe kopiere die noch mal und habe mir schon mal ein gpt fenster vorbereitet und abgeb mal das bild hier rein und sag mal wie lautet die ausführliche lösung dieser aufgabe so und dann gucken wir mal was da schön ist passiert also da ist die aufgabe mit der spule so und wie so üblich also ich benutze jetzt gpt4 die bezahlversion ich kann das ja mal noch ein ganz bisschen größer machen wahrscheinlich das fensterchen dann sieht man das eventuell auch ein bisschen besser so wie so üblich wiederholt das jetzt erstmal die aufgabe gibt so ein bisschen zahlenwert hier sieht man das ist jetzt wirklich ich komme ein bisschen hoch fantastisch getecht ne also hier steht auch die einheit volt aufrecht das ist ja das was ich in der aufgabe hier so bemängelt habe da sieht man noch das noch ganz klein dass die da so kursiv geschrieben ist so jetzt wird erstmal die kreisfrequenz berechnet zwei mal p mal f das ist prinzipiell richtig einheit stimmt auch so und dann jetzt wird es glaube ich diffizil der stroh der fluss kann durch das induktionsgesetz bestimmt werden ja das würde ich sagen stimmt prinzipiell schon mal und also das ist letztendlich die gleichung die ich hier auch an der stelle hingeschrieben habe bloß dass hier ich das mit dem strom geschrieben habe aus der strom spannungsbeziehung und wenn man jetzt strom mal induktivität rechnet aus der gleichung hier oder strom mal die induktivität dann kommt der fluss raus wenn man jetzt mit der induktivität sozusagen auf beiden seiten erweitert so dann kommt die gleichung raus hier auch muss man sagen formell super korrekt geschrieben dass hier eben t und t steht der ende dieses zeitraumes und hier eben ein ein tau nicht als zeitkonstante aber eben als andere zeitabhängige oder als andere zeitvariable über die integriert wird so und dann wird hier eingesetzt hier fehlt jetzt natürlich das volt das ist prinzipiell falsch und hier fehlt auch die einheit für den fluss das ist auch falsch aber hier kommt eben jetzt also hier kann man natürlich dass sie null einsetzen diese 0,5 volt sekunden in der aufgabe so um das integral ergibt ja hier kosinusfunktion integriert ergibt sinusfunktion durch die innere ableitung geteilt durch die durch das omega ein bisschen unkonventionell hier aufgeschrieben aber das ist auf jeden fall richtig hier kann man sich jetzt über die einheiten streiten ob die da so sein müssen oder nicht also ich meine hier an dem omega hier oben fehlt also hier fehlen einfach überall die einheit in der gleichung das würde ich definitiv bemängeln so und dann kommt da sowas bei raus 0,5 als startwert auch hier fehlen die einheiten die volt sekunden für den fluss und dann würde ich sagen ist das schon ganz richtig integriert ja wenn man irgendwie die 120 und so diese ganzen werte damit rein nimmt so und jetzt kommt die andere gleichung die wir auch gefunden hatten oder die einfach wikipedia wissen ist und die sozusagen die definition der induktivität darstellt und jetzt kann man das alles wiederum einsetzen und dann oh jetzt ist hier unten mal irgendwie was nicht gepasst aus welchem grund auch immer also hier steht jetzt auch wieder korrekt eine einheit da so da sind was von 16 pi gleich 0 ist ja okay so ist 50 ampere also hier steht wenn man jetzt das mal so im kopf passt hier verrechnet er sich jetzt irgendwie also ihr setzt da jetzt 0,08 mal 20 sollen 16 sein und 0,08 also 8 mal 2 sind natürlich 16 wenn ich dann 0 hinter packe wären das 160 wenn ich 2 0 weg nehme wo ist denn jetzt wieder der denkfehler also hier ist moment oder ist das 16 pi mal t also 16 pi ist auf jeden fall omega und ich kann das ja einfach nochmal in oktav kurz ausrechnen habe ich ja auch den prompt hier noch offen also das t waren 80 millisekunden die stehen da auch und das omega sind 20 mal pi das t ist auch das gleiche wie 0,08 schreibt er mir jetzt auch als weil ich auf vormittlung umgestellt habe so und wenn ich omega mal t rechne sind das 5, irgendwas und eben nicht 16 pi weil naja weil 20 mal 0,08 eben also die zahlenrechnung hier an der stelle ist einfach falsch ja also vielleicht noch mal so gerechnet 0,08 mal 20 das sind eben 1,6 und nicht 16 also das ist wieder sowas wo man sich fragt du hast bisher das irgendwie einigermaßen klausibel aufgeschrieben ja okay die einheiten fehlen an der anderen stelle sind dafür die einheiten super hübsch so aber hier 0,08 mal 16 mal 20 ergibt einfach nicht 16 sondern 1,6 so und tja 1,6 pi der sinus von 1,6 pi und der sinus von 16 pi ist nun mal leider nicht das gleiche und deswegen ist das dann an der stelle leider falsch so und dementsprechend ist hier auch tja also der ansatz mit der energie hier der passt schon ganz gut ne strom am ende zum quadrat minus strom am anfang zum quadrat aber der strom am ende zum quadrat war ja schon falsch berechnet der strom am anfang ist richtig wobei diese rechnung jetzt hier nicht so ganz klar ist was hier passiert also hier steht eigentlich fluss durch induktivität 0,5 volt sekunden durch 10 milli henry die einheiten fehlen natürlich komplett dann kommt am ende irgendwie wie aus dem nichts wieder die einheit ampere dazu und dann kann man das einsetzen und dann kommt dann 0 joule raus weil natürlich der strom hier nicht stimmt so also tja das deckt das ab ich klar wenn man jetzt hier man könnte jetzt noch dreimal nachfragen und sagen bist du dir denn sicher dass das hier stimmt und kannst du da mal eine probe machen und was auch immer aber also hier muss ich jetzt sagen ansatz ok zahlenrechnung leider falsch einheiten betrachtung auch falsch und an der einen oder anderen stelle hier ist es auch nicht so richtig nachvollziehbar was hier passiert es bleibt dabei jgpt ist ein sprachmodell ist kein wissensmodell ist kein logik modell ist kein rechenmodell es kann auch ein bisschen logik ein bisschen rechnen ein ganz bisschen wissen ist ja natürlich in den ganzen gelesenen gelernten texten auch eingebaut aber mich überzeugt das hier an der stelle leider nicht